ja so also der weg ist ja normalerweise das ziel und deswegen zögern wir nicht lang und wir sind ins nächste level okay Musik hört ganz spontan auf und es geht los der Tüte der Tüte du er hat ein Teil ab hier findest du einen neuen wo fast einen Hof habe ich das richtig gelesen ich habe gerade ein bisschen geträumt und tschüss Oh Gott ich dachte schon eine Palme Hallo ich bin Trunker der durch was durch die durchste Baum im was ach durstigste Baum in Gott sei Dank ohne Wasser werde ich mehr dorsten schön warm hier oder hihihi Kazooie meinst du mit Eiern und Federn können wir ihm helfen nein du dummer Bär ich brauche Wasser dringend Wasser hohoho das ist aber auch echt grausam und du bist echt blöd ey um dich hier rum steht voll viel Wasser so also erstmal holen wir uns jetzt hier den Drachen der ist auch wieder schön getarnt alt 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 ja feif doch nicht ey komm selber rüber geflattert und der letzte Wett haben wir ja voll verpennt die letzten die ganzen Drachen einzusammeln oh man huh nicht da drauf hoffentlich ändert sich das jetzt wieder so schwupp also wir gucken mal ganz genau da ist nichts da ist nichts da ist nichts ah Wasser ja Wasser ist schön ne aber ich schieße dich trotzdem mal mit so einem Ei ab willst du echt kein Ei? guck mal hm kannst du Spiegelei draus machen plopp leider nicht so also ja ist ein bisschen blöd hier wir kommen jetzt hier nicht wirklich hoch verdammt so entfliegen können wir hier auch nicht wirklich und da sind ja diese Turnschuhe ah wir müssen unbedingt diesen Move lernen aber wir haben ihn noch nicht gelernt das ist das Problem ah man 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 vielleicht aber wir haben doch überall alles erkundschaftet und auch eigentlich überall alles mitgenommen also durften wir diesen Move mit diesen Turnschuhen noch nicht gelernt haben eigentlich so aber du musst doch jetzt hier was trinken Kleiner so wir gehen mal auf dich drauf und staffen dich einfach mal im Boden schade funktioniert leider nicht oh man komm ich schubs dich einfach ins Wasser ja dann geht's dir gut großer weißer Dekobaum oh man was hat denn der da oben eigentlich eine Turban oder was ist das irgendwie so soll das bestimmt was sein oh man macht er nicht ja ich bin gerade ein bisschen am überlegen was wir hier überhaupt machen können wir gehen einfach mal hier den Baum hoch so hm bringt alles nichts tja da geht's dann weiter aber da kommen wir nicht wirklich hin und hier ist auch nirgendwo irgendwie was interessantes tja was tun Leute habt ihr eine Idee ich hab sie zumindest nicht ha 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 aber wirklich gar keine Idee ich meine der Baum kann auch mal ein bisschen was trinken oder so aber schieben kann ich den auch nicht kann ich den echt nicht reinschieben? nein kann ich nicht du bist einer ey guck mal deine Wurzeln sind doch schon fast im Wasser was hat denn da? hinne weg von meinem Honig oder ihr werdet es bitter bereuen bam schwupp dann bereue ich's halt tja was macht er jetzt? oh ok ok ich bereue es schon ich bereue es schon ouch so ok aber den nehmen wir noch mit ha 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 so und jetzt ja jetzt ähm dümpeln wir hier rum wir brauchen nämlich die Turnschuhe haben wir irgendeine Welt übersehen? ich weiß es echt nicht so wir gehen mal zurück und schauen noch mal ich glaub ihr habt etwas übersehen denkt daran ihr braucht jeden einzelnen Move ja ach du Hohlbirne natürlich weiß ich das aber was soll ich denn hier machen? hier findest du einen weiteren Move Banju ja ach Moment wir können ja mal schauen kommen wir denn wenn wir uns super toll verwandeln kommen wir hier durch? nein kommen wir nicht ach schade klasse ihr habt eure bisherige Bestleistung ja toll ach so vielleicht ok vielleicht geht das ich muss mal ganz schön schauen erstmal sammle ich den Typ hier nochmal ein nicht dass wir den am Ende noch verpennen oder sowas und dann stehen wir hier wieder äh dann bin ich total am überlegen und kriegst du hier nicht gebacken ouch heiß 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 und das gibt's denn echt auch wenn man im Urlaub zum Beispiel ist und dann auf so heißen Sand läuft mitten in der Sonne oh das geht gar nicht so jetzt ach so einfach ist das ja coole Sache so naja hab ich's doch geschafft ok schwupp so hier die Sphinx nochmal ausbeuten als ob das nicht schon getan wurde hahaha ähm und dann wollen wir hier mal reingehen ich bin der Bär genau der da der abgebildet ist oh verdammt ich glaub mir eh kein Wort dann gehen wir weiter oh das geht nicht oh ouch 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 aber wie naja dann brauchen wir die Tornschuhe Öh ne Hand ne HAND oooh sturdy distintos was ist das Ist ja schlimm. Gut, hier können wir aber lang. Okay, oh Gott, hier ist so viel Sand. Ich weiß gar nicht, wo wir hier lang dürfen. Und wo nicht. So. Also hier dürfen wir doch lang. Oh, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Mal kurz anhalten. Bisschen umschauen. Was ist da so? Okay, oh, oh, da oben ist hier voll die Ziehscheibe. Und so ein kleiner Krabbelkäfer. Was ist das? Ein Momotoshedel. Sieht so aus zumindest. Können wir da lang? Ja, cool, da können wir sogar lang. Nichts hierhin. Erstmal den Momotoshedel guten Tag sagen. Hallo. Ah, verdammt, kriegen wir nicht. Was ist das hier? Oh. Oh, oh, kaputt gemacht. Oh Gott. Okay, nee, das wird jetzt hier ein bisschen... Zu stressig. Aber wir wollen ja keinen Stress machen. Ihr wisst ja, Stress macht... Genau. Stress macht... Jetzt habe ich es selber vergessen. Shit! Stress ist nicht gesund. So, fertig. Okay, also hier ist noch was. Oh, da ist noch eine Note. So. Da hilft keine miesen... Da hilft keine miesen Tricks. Oh, Turnschuhe wird das... Oh, ohne Turnschuhe wird das nichts. Okay, dann lernen wir in diesem Level... Also wirklich die Turnschuhe kennen. Wie wir sie anziehen. Oder tragen. Keine Ahnung. So. Oh, hier sind so viele vereinzelte Noten. So, die hätten wir auch eingesammelt. Und ein fliegender Teppich. Na klar. In jeder Welt... Au, scheiße. In jeder Welt gibt es wirklich solche fliegenden Teppich hier. Egal welchen Spiel. So, was gibt es hier? Oh ja, das Teil ist auch toll. Und oh ja, die verstecken sich hier auch immer an den besten Orten, diese Drachen. So. Komm wir hier hoch? Na klar, wir können hier überall hoch. Hey, cool, hier ist sogar noch was. Ka-chong! Okay, gehen wir da rein? Wir gehen... Oh, wir gehen da noch nicht rein. Müssen außerdem erstmal gucken, wo... ...dieses Teil überhaupt ist. Da ist es. Okay. Ah, ich möchte noch ein paar Noten erstmal einsammeln. Damit ich das später nicht mal machen muss. Aber... Oh, das ist so viel Notenzeug hier. Grimms, Bims. Ach, egal. Wir gehen einfach mal rein. So, also. Schwupp. Die nehmen wir noch mit. Haben wir schon wieder 31 Noten? Oh Gott. Schön. Ja, schnell, schnell. Oh nein, jetzt bin ich auf völlig falsche Seite gelaufen. Okay, jetzt nochmal. Schneller. Okay, jetzt. So, Kazooie zeigt in die Richtung. Und ich latsche wieder in die falsche. Ja, na klar. Halt, da war noch eine. Ach ne. Ach ne, das war falsch. Ah, verdammt. Okay. Also, wo jetzt? Wo lang? Das ist... Das wird sehr schlecht dargestellt, finde ich. So, okay. Da lang. Halt. Wo? Doch, doch da. Ach. Nein, da lang. Oh nein. Okay, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Haha, jetzt habe ich es wirklich. Ja, ist mir egal, wo es jetzt lang geht. Da, da, da. Da lang und hinein. Halt, nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Oh, oh Gott, ey. Vollkopf gestoßen. Autsch. Boah. Oh, eine Mumie. Oh Gott, ey. Ey, eine Mumie und... Oh Gott, das war ja eng hier. Wir haben ja kaum noch... Nein, 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 nein. Die Mumie will uns töten. Wir haben nur noch eine. Eine Energiekugel. So, und jetzt aber. Stürm, Zombie. Oh nein, wir können sie nicht töten. Okay. Oh, die ist aber schnell für so einen Toten. So, Ikam Bokka schnell eingesammelt. Sonst haben wir hier nichts. Oh, die schöne Malerei auf dem Fußboden. Und schnell wieder weg. Puh. Okay, jetzt geht es natürlich zu. Passt. Die ganze Zeit ist es natürlich die ganze Zeit so wirklich so schnell zugegangen. Und jetzt auf uns wartet es. So, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Ne, wir gehen nicht hier lang. Wir wenden einmal hier den Part. Ja, das ist ein schöner Ort, um den Part zu erwenden. Oder unten ist noch eine Note. Und ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und mal schauen, wie es dann wird. Hehe, bis dann.